hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute möchte ich euch eine fächerbatterie von der firma röder vorstellen die hibiskus das eine neuheit für dieses jahr an 2019 als effekt haben mir gesteppte gefächerte blinkwasserfälle mit auswurft bunter farbintensive kometen hat sich sehr interessant an die videos wo ich vorab schon gesehen hat sind auch sehr interessant natürlich eine farbenfrohe batterie letztendlich gesagt das ganze ist hier gefächert wir haben hier 36 schuss kaliber 25 mm 15 sekunden brenndauer und eine gesamte neem von 486 gramm also eine ganze menge was hier in diesem paket drin ist wir zünden die gleich mal gemeinsam an und und Untertitelung des ZDF, 2020